Willkommen zu einem neuen Video von mir oder beziehungsweise nach der Einleitung, das erste Video auf diesem Kanal. Ich widme mich heute dem Thema, was macht eigentlich die Partnersuche heute so schwierig. Das ist ein Thema, welches ja sehr kontrovers auch diskutiert wird. Dazu gibt es allerlei Theorien und Daten und Analysen und Grafiken und so weiter. Und da gibt es auch schon einige Videos dazu. Ich möchte es jetzt mal aus meiner Sicht so ein bisschen erläutern, was meiner Meinung nach das Problem ist, warum es heute so schwierig ist, einen geeigneten Partner zu finden oder sagen wir auch mal eine längerfristige Partnerschaft zu, nenne ich es jetzt mal, erschaffen und beizubehalten. Insbesondere was die Stabilität in einer Partnerschaft angeht. Und ich habe mir da mal so ein paar Notizen dazu gemacht, so mal die Gedanken ein bisschen schweifen lassen dazu. Auch was ich so von anderen bis jetzt gesehen habe. Ich bin ja auch immer so im Bekannten- und Freundeskreis. Wenn ich was im Kopf habe, ein bestimmtes Thema, dann spreche ich das an. Praktisch, ich interviewe Leute, weil ich es wissen möchte. Und da sind die unterschiedlichsten Leute dazwischen von 18 Jahre jung bis 65 Jahre Mann und Frau geschieden, in Partnerschaft lebend, verwitwet oder eben konstanter Dauersingle. Also wirklich, da sind die unterschiedlichsten Leute dabei. Und ich kenne wirklich viele Leute. Und auch durch meine Blog-Seite, die jetzt nichts mit diesen Themen hier zu tun hat, habe ich unglaublich viel Kontakt halt auch zu Menschen. Und es sind halt auch immer so wieder so Themen, die ich auch mit anderen Leuten bespreche. Wenn man Besuch hat, wir sitzen abends am Feuer, dann mag ich halt diesen Deep Talk sozusagen zu diesen Themen. Weil das ist halt einfach Sachen, die faszinieren mich und die interessieren mich auch. Und ja, so im Laufe der Jahre, also das ist jetzt nicht etwas, was ich mir mal so binnen 10 Minuten mal eben ausgedacht habe. Oder wo ich mal so gedacht habe, ach, da könntest du jetzt mal ein 5-Minuten-Video drüber machen. Sondern das Ganze, dem gehe ich schon sehr, sehr lange auf den Grund. Und ich denke, der Hauptpunkt, warum das heute so schwierig ist, weil man zu falsche und zu hohe Ansprüche hat. Insbesondere Frauen suchen ja immer einen Mann, der für sie perfekt ist. Ja, was ist perfekt? Oder wie stellen sich Frauen einen perfekten Mann vor? Gehen wir jetzt mal von einer durchschnittlichen Frau aus. Also nicht welche, die so, ja, ich sag mal so aus dem Sektor kommen nach dem Motto, es ist mir egal, wie er aussieht. Es ist mir egal, was er ist. So, Hauptsache ich habe überhaupt irgendjemanden. Da werden wir ja so ein bisschen bei der Bindungsangst und Angst vor dem Alleine sein. Sondern einfach so bei der durchschnittlichen Frau, die sagt, so, ich möchte doch vielleicht jetzt mal irgendwann einen Partner haben. Gehen wir in dem Fall mal von einem männlichen Partner aus. Ja, und sie sucht dann ihren Prinz Charming. Und da fängt das Ganze ja schon an, seinen Prinzen zu suchen. Ich glaube, die meisten Frauen sollten sich heute erstmal mal so ein Bild darüber machen oder verschaffen, was ein Prinz eigentlich heute ist. Das hat nichts mit den Disney-Prinzen zu tun. Ich glaube, das verstehen auch noch viele falsch. Sondern die Frau, die sucht einen Mann, den sie präsentieren kann. Das reimt sich sogar. Das ist oft so. Wir Frauen, wir suchen uns den hübschen Mann, den man vorzeigen kann bei der Familie, bei Freunden, in der Gesellschaft. Guck mal, was für einen schönen Mann ich habe. Bei einigen klappt das, bei anderen nicht. Bei einigen ist das mit dabei im All-Inclusive-Paket, bei manchen eben nicht. Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Also Frauen sind da schon sehr versiert auf Optik. Auch wenn das auf manchen Kanälen gesagt wird, dass das nicht so ist. Doch, das ist so. Viele Frauen schrauben aber dahingehend, wenn der Mann zum Beispiel sehr viel Geld hat oder irgendwie einen hohen Status hat, ihre Ansprüche auf die Optik runter. Deswegen kennt man das ja auch, wenn so reiche, alte Männer, 20-jährige, junge Blondinen, sage ich es jetzt mal so, haben. Das ist ja keine wirkliche Liebe oder wovon man von einer vernünftigen, gesunden Beziehung von ausgeht. Sondern, ich sage mal so, das ist ein Abkommen zwischen den beiden. Der Mann, ja, der kriegt seine, sage ich mal, sexuelle Belustigung und Unterhaltung. Und sie kann dafür sich ihre Pratertaschen kaufen. Das ist ein Deal. Wenn beide damit einverstanden sind, hat man nicht die Letzte da ein Problem mit hat. Aber bleiben wir jetzt einfach mal bei den normalen Durchschnittsfrauen. Sie möchten einen Mann haben, der Humor hat, der gut zuhören kann, der, ja, der stark ist, der sie in Anführungszeichen beschützen kann. Heute in dieser feministischen Welt ja sowieso ultra lustig, wenn man das mal so betrachtet. Er soll, wie gesagt, gut aussehen, er soll ein gutes Einkommen haben, er soll, ja, zu all dem soll er sich mit allem am besten noch perfekt auskennen. Also er soll sich mit Autos gut auskennen, das heißt, einen Reifen wechseln und notfalls mal eine Zündkerze wechseln. Gut, da gehe ich jetzt auch davon aus, dass das ein Mann beherrscht, ne, insbesondere wenn er Auto fährt. Oder dass, wenn der Abfluss verstopft ist, dass er den, dass er den reinigen kann, beziehungsweise entstopfen kann. Dass er, wenn irgendwo, ja, eine Schraube festgezogen wird, dass er das halt alles machen kann. Aber zu dem allen soll er noch, ja, am besten sich dieselben Filme angucken und die gleiche Musik hören, also auf dieselben Konzerte gehen wie sie. Sie stellt sich das in ihrer Welt halt immer so vor, dass das ein Mann ist, der exakt alles das gutheißen muss, was sie gutheißt oder gut finden muss, was sie gut finden muss. Sie möchte praktisch jemanden haben, der ist wie sie, aber nur in Männergestalt. Also das ist so ein bisschen, ich backe mir meinen Mann wie, wie, ja, wie ich ihn gerne haben will. Das ist unrealistisch. Und ich kann auch nicht etwas von einem anderen verlangen, was ich selber nicht imstande bin zu geben. Das bedeutet, wenn ich irgendwie so ganz broke bin, irgendwie wirklich so, abgefuckt, da kann ich nicht erwarten, dass sich ein Mann für mich interessiert, der eben, ja, gesellschaftlichen hohen Status hat, der eben dementsprechend gut verdient und so und so aussieht und obwohl das ist immer noch so ein bisschen, ja, ein Muss, eine Kann-nicht-Muss-Bestimmung. Und die Frau will das alles in einem zusammen haben. Das ist immer so, wenn ich mich mit meiner Freundin über Hunde unterhalte, die hatte eine Suche nach einem, ich vergleiche das jetzt, weil es sehr, sehr viele Parallelen dazu gibt, wenn sich eine Frau einen Hund aussucht oder einen Mann. Also, das haben viele Männer, die, glaube ich, wissen das gar nicht, dass da ähnliche Kriterien gelten. Also, wir reden jetzt nicht von diesen ganzen Tierschutz-Uschis, die der Meinung sind, ich muss irgendwie meine Sehnsucht und meine schlechten, falschen und völlig destruktiven Emotionen mit irgendwas kompensieren. Also, sprich, ich rette eine arme Kreatur aus dem Tierschutz, sondern wir reden jetzt wirklich von den Frauen, die sich für eine bestimmte Rasse entscheiden und die bestimmte Ansprüche haben. Und ich habe da auch so eine Freundin im Freundeskreis, ich habe schon immer gesagt, den Hund, den du willst, den gibt es nicht, den musst du dir malen. Also, es ist in der Tat so. Sie ist eine ganz tolle, gar keine Frage, aber sie ist ein kleiner Kontrolletti, sie hat hohe Ansprüche, sie ist so ein Monk in Weiblichkeit so ungefähr, aber sie steht dazu, sie weiß das. Das ist ja nochmal wieder was anderes. Der Hund, der soll das und das erfüllen, die Schnauze, also sie hatte sich jetzt für eine Molosserrasse entschieden und ja, hunderttausende Züchter durch, über Jahre, online. Dann waren wir privat auch bei einem Züchter, beziehungsweise bei einer anderen Rasse und haben uns das angeguckt. Gut, ich komme aus dem Business, ich weiß, worauf ich achten muss. Ich muss da jetzt nicht, wer weiß, wie rumdrucksen. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass er gesund ist und dass der Charakter stimmt. Könnte man auch auf den Mann wälzen, aber bei ihr ist dann so, nein, der darf nicht so und so groß sein, er muss die und die Größe haben, er soll das und das Gewicht haben und die Schnauzpartie muss mindestens so und so lang sein, darf aber nicht wieder überlang sein. Die Ohren müssen so und so stehen und wenn das schon so ein Makel ist, dass der Hund das nicht erfüllt, dann kritisiert man das immer. Das heißt, da ist dann so ein bisschen so, ja, doch, das Opportunistische ist dabei. Und, ja, so hat die sich auch, glaube ich, ihren Mann ausgesucht, der, sie ist so eine ganz kleine, und er ist halt auch so ein riesengroßer Typ, das ist halt auch ihr Geschmack. Das ist aber eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall suchen sich Frauen, Männer nach bestimmten Merkmalen aus. Männer sind da so ein bisschen anders, die gucken sich eine Frau an und sagen, wow, ist die schön. Bei Männern geht es viel, das sind Augentiere, muss man mal dazu sagen, sehr um die Optik. Aber das heißt nicht, dass es Frauen nicht auch um die Optik geht. Es kommt immer darauf an, welcher Typus Frau. Wenn es jetzt eine Frau ist, die zu den wenigen gehört, die sagt, mir ist der soziale Status völlig egal, mir ist das Einkommen egal, das ist einfach nur ein wunderschöner Mann, mit dem ich auch super klarkomme und alles Mögliche, dann ist ihr der Status egal und sie legt halt auch den Fokus auf die Optik. Also da sind wir alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber diese hohen Ansprüche, der muss halt die eierlegende Wollmilchsau sein. So darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das funktioniert schon mal nicht. Also wenn du selber als Frau nichts kannst, nichts beherrscht und nichts drauf hast, außer vielleicht gut auszusehen, dann sind diese Ansprüche, die du an einen Mann hast, der praktisch das ausgleichen soll, was du nicht kannst, absolut unrealistisch und das wird nicht funktionieren. Dann haben wir den Fokus natürlich auf, was ich gerade schon angesprochen habe, auf Optik und den Körper. Es gibt viele Frauen, die sagen, sie möchten einen sportlichen Mann haben. Klar, wenn sie selbst sportlich sind, liegt das nahe. Und viele Männer, die zum Beispiel keine, ich sage es mal, optimalen Körperform haben, wenn man jetzt mal so nach dem Mainstream geht, die sagen von sich aus, ja, wenn man ein bisschen moppelig ist oder so, ist das zu schwierig, eine Frau zu kriegen. Also ich komme, ich kenne sehr viele moppelige Männer und die haben damit überhaupt keine Probleme. Die gleichen das dann so ein bisschen mit Charisma wieder aus oder mit anderen Sachen. Aber wenn der Fokus zum Beispiel von einer, wir reden jetzt von einer Frau, die den Fokus nach einem schönen Mann liegt, oder er muss so und so sein, oder ich stehe auf Sixpack, ich bin auf Muskeln, dann kann eine Frau die Wesensmerkmale eines Mannes wunderbar ausblenden. Das ist dann egal. Es interessiert sie, das gibt es aber auch bei Männern, die das alles nicht interessiert, wie die Frau so drauf ist, Hauptsache sie ist schön, ja, da reden wir von der sogenannten Oberflächlichkeit. Und sie sucht sich natürlich den Mann dann aus wie eine Art Accessoire. Also wie manche sich dann ja die passenden Schuhe aussuchen oder ein bestimmtes Kettchen für den Hals oder für so ein Anband oder irgendwie sowas, muss der Mann sie dementsprechend schmücken. Und wenn das die Voraussetzungen sind, um einen Partner zu suchen, eine Beziehung, ja, da gute Nacht, das kann nicht funktionieren, weil ein Mann, der objektifiziert wird, das ist ähnlich wie als fette Mann, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, mit der Frau mit den Hunden, da gibt es einen Beziehungsknacks, also definitiv. Und dann haben wir noch das Problem mit der Sehnsucht. Es gibt ja so viele Frauen, die haben diese überaus romantische Hollywood-Fantasie, was eine Beziehung ist. Die wollen diesen Verliebtheitsstatus und die wollen ja über die Türschwelle getragen werden. Sie haben Sehnsucht nach etwas, was ihnen fehlt. Also sie sind innerlich praktisch leer. Sie können Selbstwert nicht aus sich selbst heraus erschaffen bzw. ziehen, kreieren und so weiter. Und sie hoffen, dass der Mann das dann für sie übernimmt. Da geht es halt dann auch um, dass sie von ihrem Mann halt validiert wird und dass der Mann immer sagt, wie toll sie ist, wie schön sie ist, sie braucht das, weil viele Frauen haben das Problem, sie können nicht mit sich selbst zufrieden sein. Also einfach wirklich in sich selbst zufrieden sein und sich genug sein, das ist ein riesengroßes Problem. Und wenn du da natürlich jemanden suchst, der dieser Lückenfüller ist, dann siehst du ja nicht die Person, also den Mann, wie er ist als eigenständig denkendes Individuum, sondern ebenfalls als eine Art Objekt oder als eine Art Accessoire, der dir das geben soll, was du selber aus dir eben nicht schaffen kannst. Funktioniert auch nicht. Dann kommt noch da hinzu, dass viele Leute der Meinung sind, eine Beziehung sei eine Bedürfniserfüllungsanstalt. Das heißt, ich suche etwas in einer Beziehung, was ich mir nicht selbst geben kann. Das Ähnliche hatte ich ja gerade vorher. Sie möchten, dass der Partner dafür da ist, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen in dieses Spektrum, dass Frauen sich einen Mann nach Einkommen aussuchen. So nach dem Motto, sie reist gerne, sie trägt gerne teure Klamotten und so weiter. Da braucht sie natürlich einen Mann mit dem dementsprechenden Einkommen. Oder wenn sie natürlich vorhat, mal eine Familie zu gründen, ist das auch durchaus berechtigt, nach einem Mann zu schauen, der die Familie ernähren kann. Das ist aber natürlich hier ein ganz anderes Spektrum. Sie sucht immer jemanden, der ihr irgendwas geben kann, irgendwas erfüllen kann. Wie man so schön sagt, die Wünsche von den Lippen abzulesen. Ja, also hier komme ich nochmal wieder zurück. Die Eier legende Wollmüchso, was der Mann nicht alles für sie tun soll. Und da muss man sich die Frage stellen, was gibst du ihm im Gegenzug? Du machst ab und zu die Beine breit und damit hat sich das dann. Das soll es dann gewesen sein. Der Mann muss dies, der Mann muss jenes, der Mann muss alles. Und das Einzige, was du ihm dafür bieten kannst, ist körperliche Zuneigung, ist auch ein Problem. Weil in solchen Konstellationen hat man immer so, ja, der Mann, der wird verbraucht, psychisch vor allen Dingen, und benutzt und dressiert vor allen Dingen von der Frau. Und da hat man dann immer häufig in diesen Beziehungen die Konstellation, dass die Männer wirklich zu klein, ich sage immer so wie so eine Tigerente, kennt ihr wahrscheinlich auch von früher, die von der Frau dann durch die Mordern gezogen wird hinterher. Er trägt ihr die Tüten und Kopf nach unten und mit dem Buckel. Das sieht man ja bei vielen Männern, die gehen ja auch nicht mehr aufrecht. Ja, Sklaverei könnte man dazu sagen. Aber auch eben das ist das Problem. Der Mann soll dies, der Mann soll das. Er soll für mich da sein, er soll dies und das und jenes. Ich würde bei sowas erstmal einen Gang zum Therapeuten raten, aber das wäre jetzt auch wieder ein anderes Thema. Da haben wir natürlich die Angst vorm Alleinsein. Ein riesengroßes Problem ist, dass Leute, also bei Frauen weiß ich das auch, ganz, 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 ganz schlimm ist, Angst vorm Alleinsein. Da kann man auch so ein bisschen in dieses Spektrum Borderline schon gehen. Ich selber kenne, welche die Angst vorm Alleinsein haben. Ein Fall ist mir doch noch ganz gut in Erinnerung. Mit der habe ich dann aber auch den Kontakt gebrochen, das war mir zu blöd. Sie selber hatte totale komplexe Angst vorm Alleinsein und die drehte sich auch immer in ihrer Jammerdauerschleife, dass sie ja von ihrem Vater damals verlassen wurde. Ja, Borderline, man kennt es, ne? Und ich bin nichts wert und ich bin nicht gut. Und dann suchte sie sich natürlich den Narzissten mit zusätzlichen bipolaren Störungen, Depressionen und alles. Und der sie auch dementsprechend, ja, auch sehr abwertend behandelt hat. Gut, bei dieser Konstellation Narzissten und Borderline, da könnte man wirklich mal ein eigenes Thema machen, obwohl ich glaube, da gibt es auf YouTube wirklich schon genug Themen diesbezüglich. Aber das ist halt jetzt so ein Fall, den ich live auch mitbekommen hatte. Äh, ja, der, äh, ich will da gar nicht so tief ins Detail jetzt eingehen, was der Typ alles gemacht hat, aber es war wirklich wow. Wow, kann ich dazu nur sagen. Und da habe ich sie mal gefragt. Ich so, warum bist du denn mit dem zusammen? Warum bleibst du mit dem zusammen? Ja, weil das der erste Mann ist, der mir endlich mal vom Optischen gefällt. Aha, habe ich mir gedacht. Aha, naja, jedem das Seine, sage ich dazu nur. Also auf der einen Seite hat es sich immer beschwert, dass er sie mies behandelt hat. Also, ähm, also wirklich abwertend und ekelhaft und dies und das und jenes. Sie war so eine kleine Maus, eine dickliche, äh, hübsches Gesicht, keine Frage. Aber sie eben auch sehr, ach, musste gerade mal kurz unterbrechen. Ähm, also sie war eine kleine, sehr dickliche Frau, mit, wie gesagt, hübschem Gesicht, war auch relativ jung noch. Und sie war der Meinung, naja, ich behalte ihn lieber, weil ich brauche ja einen Partner. Ich habe Angst vor dem Alleine-Sein, weil ich bin ja so oft verlassen worden. Und ja, Opferhaltung natürlich hier. Und, ja, mit der Begründung, er ist so derjenige, der, ja, mir endlich mal optisch gefällt. Da habe ich gesagt, ist der denn wirklich so schön? Schickt doch mal ein Bild. Dann schickt sie mir ein Bild und ich denke, ja, na klar. Über Geschmack lässt sich immer streiten. Ich weiß nicht, was sie in dem gesehen hat, was, was ich nicht gesehen habe. Aber, ähm, wie gesagt, ne, über Geschmack lässt sich streiten. Und, ähm, ja, und sie erzählt, jedes Mal, wenn ich mit ihr gesprochen habe, jammer, 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 der macht dies, der macht das, der macht jenes. Und irgendwann, ich habe ihr gesagt, äh, pass auf, so und so und so. Ich habe ja auch mal geraten, ihre Probleme therapeutisch aufarbeiten zu lassen. Da sind leider die wenigsten Frauen dazu bereit dazu. Also, ähm, nicht, dass es bei Männern nicht unbedingt anders ist, aber bei Leuten, die generell in dieser Jammerschleife und in der, also da festhängen, äh, alles ist scheiße und ich kann ja nix, äh, ich kann ja nix dafür, heißt es dann immer. Ne, es ist ja immer so, ich bin das arme Opfer. Ja, ähm, da tut man dem Mann auch keinen Gefallen mit. Ganz im Gegenteil. Und das ist auch ein riesengroßes Problem. Da sind dann die Beziehungen wirklich sehr belastend auf Dauer, weil da eine emotionale Abhängigkeit dann kreiert wird. Und mit gesunder Beziehungen, wo beide Menschen ein, also selbstständige Individuen sind, hat das überhaupt gar nichts zu tun mit all dem, ne? Und dann haben wir, wie gesagt, auch die unrealistischen Vorstellungen, das Walt Disney-Syndrom. Und ihr werdet lachen, aber ganz, ganz viele Frauen haben tatsächlich die Ansicht, dass ihr Typ diese Prinzenrolle erfüllen muss. Ich kenne Prinzenrolle zwar nur als Kekse, aber, ne, also er soll den, den Prinz Charming oder was weiß ich, äh, ich meine, ich mag Disney-Filme auch, äh, die haben mich aber nicht geprägt, was meine Männer anging, aber ich weiß, dass das bei einigen so ist. Und, ähm, ja, die erwarten halt dann auch, äh, von ihren Männern, das sind dann halt diese Frauen, die erwarten, zum Jahrestag soll er sie überraschen, zum Valentinstag soll er ihr was schenken und so weiter. Also, diese Erwartungen, die immer wieder erstellt werden. Und wenn ein Mann, obu, wenn er den Hochzeitstag vergisst oder den Jahrestag oder irgendwie sowas, das ist, ähm, es hat schon Frauen gegeben, die deswegen dann ihr Schluss gemacht haben, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das ist das, was ich meine. Die Frauen sehen den Mann nicht als eigenständiges Lebewesen mit eigenen, äh, Gefühlen und Gedanken und Verhaltensweisen und so weiter. Und, äh, es ist halt ihr Objekt der Begierde, es heißt nicht umsonst so, was sie braucht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist bei Frauen tatsächlich sehr, sehr, sehr viel stärker ausgeprägt als bei Männern. Also, ich habe es von einem Mann so noch nicht erlebt. Oder, wenn ich mit den Männern in meinem Freundeskreis spreche und ich bin wirklich mit vielen Männern befreundet, ähm, auch wenn viele sagen, das geht nicht, doch, das geht sehr gut. Und, ähm, das ist auch immer wieder so Thema und ich finde das total interessant. Äh, ja. Ne? Also, das ist das Problem mit den unrealistischen Vorstellungen. Und, äh, natürlich werden solche Frauen dann enttäuscht, weil es, oder, ich rede jetzt mal, gehen wir mal von Walt Disney weiter weg, gehen wir mal zum Beispiel in solche irgendwelche Filme oder Fernsehsendungen, wo es immer dargestellt wird, so wie so eine Beziehung zu sein hat. Und, ähm, der Mann muss die Frau immer auf Händen tragen. Also, wenn, ähm, wenn du eine Frau so auf ein Potest stellst, dann bist du immer unter ihr als Mann. Ja? Also, sie kann dir praktisch immer auf den Kopf spucken und von oben immer draufhauen. Und, ähm, irgendwann bist du dann als Mann noch in der Position, wo dich, wo dich die Frau nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr für voll nimmt, nicht respektiert als Mann. Deine männliche Energie sinkt ja dadurch, ne? Also, das ist gerade so bei, man spricht dabei auch, es gibt ja Alpha-Männer und Beta-Männer. Beta-Männer sind die halt, die, ja, sich von ihrer Frau, äh, die gehen so nach diesem Motto Happy Wife, Happy Life, ne? So, ich sehe das nicht so, das sind nicht meine Ansichten, aber es gibt halt dementsprechend Männer, die, äh, empfinden das als normal und in der Matrix ist das alles auch normal, ja, dass der Mann immer verfügbar sein muss, auch emotional verfügbar sein muss für die Frau. Aber, äh, die Frau im Gegenzug, ja, was macht sie, wenn sie heute noch kocht, gibt, kocht sie ab und zu mal ein Essen, macht ab und zu, wenn überhaupt noch, das lässt ja auch so im Jahre der Beziehung immer so ein bisschen nach, was übrigens nicht so unbedingt ungewöhnlich ist, aber, äh, halt, macht dann halt ab und zu mal die Beine breit. Und, äh, ich hab einen Freund, der ist auch um die, ja, der ist Mitte 60, der ist riesengroß, hat ein Organ wie ein Bulle und der ist Schmied, also, was, wenn der kein Feuer und kein Eisen um sich rum hat, dann ist der nicht zufrieden, der Mann. Ich unterhalte mich gern mit ihm, ich würde ihn jetzt sehr als Red Pill bezeichnen, aber, äh, wie gesagt, der hat auch die ganzen Geschichten durch mit gescheiterter Ehe und Kind und dies und das und mit einer narzisstischen Frau. Ich glaube, da sind fast alle Männer schon mal durchgegangen, also, mir ist so keiner auf Anhieb bekannt, der das noch nicht durchlebt hat, ja, kann man so sagen, und, ähm, ja, der ist auch steinhart, also, was das angeht, ne, der sagte, der sagte mal zu mir, ja, für so ein bisschen Gevögle sein ganzes Leben, äh, so, so, so hinten anzustellen oder so viele Sachen aufzugeben, so, das ist es mir nicht wert, ja. Ja, also, ich finde, da sollten sich auch deutlich jüngere Männer ein Beispiel dran nehmen, weil das ist gesund, sich nicht aufzugeben als Mann, nur für die Frau, ihr kennt das auch, wenn sie dann immer im Funkloch wohnen, wenn sie eine neue Beziehung haben, äh, das ist auch immer schön, da habe ich von einigen Freunden auch teilweise nie wieder was gehört, wenn die dann in einer Beziehung gewesen sind und, ja, die durften, also, gerade so die männlichen Freunde, die durften dann auch nicht mehr mit mir reden. Ja, also, ja, auch wenn man sich schon 100 Jahre kennt und voneinander überhaupt nichts will und teilweise große Altersunterschiede dazwischen sind, also, ja, dass das nicht gesund ist, ich habe mir immer gesagt, auch wenn ich in eine Beziehung komme, vor etlichen Jahren schon, äh, ich gebe deswegen nichts auf, ich rede trotzdem mit meinen Freunden und Freundinnen weiter und, äh, das ist immer so geblieben, ne, aber gut, ich stehe jetzt auch nicht so unbedingt für alle anderen, für den Mainstream. Ja, wir hätten dann auch noch das Problem mit der Bindungsangst, ähm, da habe ich im Freundeskreis auch jemanden, unglaublich bindungsängstlich aufgrund, äh, ja, schlechter Erfahrungen und ich sage mal so, wenn man Angst hat, Bindungen einzugehen und immer Angst hat, auch andere verarschen mich und andere sind nicht ehrlich und so weiter, das hat auch immer was mit einem selbst zu tun, weil es gibt so einen Spruch, ich denke von anderen Menschen immer nur so böse, wie ich selbst bin. Oder nur so schlecht, ja, also das heißt, du kannst dir nicht vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel ein aufgeschlossener Mensch bist, ein empathischer Mensch bist und der eben keine Bindungsangst hat und der das Leben in vollen Zügen genießt, kann sich dieser Mensch das eher weniger vorstellen, von anderen Menschen so verarscht zu werden, weil er das selbst nicht tut, wenn er ein aufrechtiger Mensch ist. Aber die Menschen, die immer wieder davon reden, ihr müsst da mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ihr kennt das doch auf Social Media, die Frauen, die in einer Reihe diese Schildchen posten, was Ehrlichkeit in der Beziehung und sowas alles angeht und du merkst, die sind es selbst nicht. Das kann man in ein paar kleinen Fragen und ein paar kleinen Gesprächen ganz, ganz schnell rausfinden. Das sind auch die, die sich immer ganz schnell so einem an der Hacken heften und dann zu diesen Ja-Sagern mutieren. Diese Leute kann man auch, ja, das sind immer so die klassischen Flying Monkeys in diesen Narzissmus-Debatten und so weiter, die sich dafür instrumentalisieren lassen, für den Narzissmus seine Kämpfe auszu... Das sind dann Fanboys und Fangirls, also sowas kenne ich auch, dass sich Leute dann zum Beispiel bei mir an der Hacken heften und dann immer alles mit Ja und Arm und alles liken, was man postet. Also spielt auch gar keine Rolle, ob das Männchen oder Weibchen sind. Die haben selbst keinen richtigen Selbstwert und meistens sind das Frauen. Also ich habe Gott sei Dank nicht diese Speichelleckermänner um mich herum, aber ich kenne das halt eben auch von Frauen. Also die haben Angst davor, sich wieder an jemanden zu binden, Gefühle zuzulassen, weil sie einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber diese eine schlechte Erfahrung ist es häufig nicht, weshalb sie Angst haben, sich zu binden, sondern das ist so ein Kindheitsding. Also das ist, wenn man kein Urvertrauen hat und das Urvertrauen kann man nicht bilden, wenn zum Beispiel, man sagt, wenn in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes die Mutter ablehnt gegenüber dem Kind war oder nicht verfügbar, also sowohl körperlich verfügbar als auch emotional verfügbar war, kann das Kind kein richtiges Urvertrauen bilden. Dadurch entsteht ja häufig auch dieser Narzissmus im Borderline. Eine gute Profilerin hat mal gesagt, Narzissmus entsteht bei einem Kind, wenn der Glanz der Mutter in den Augen fehlt. Und ich kenne das eigentlich nur von Leuten bzw. von Frauen, die eben auch in der Kindheit entweder aus alleinerziehenden Elternteilen, spielt keine Rolle, ob Mutter oder Vater nur anwesend war oder eben nicht anwesend war, oder halt, ja, die aus zerrütteten oder desolaten Familienverhältnissen kommen. Da ist kein Urvertrauen da. Und wie sollen sie es denn, bitteschön, dann mit einem potenziellen Partner machen? Auch wenn es da diese Typen gibt, die es halt gut mit denen meinen, die netten Typen wollen sie ja nicht, weil das ist denen unheimlich, das kennen sie nicht. Sie gehen dann eher lieber wieder die toxische Beziehung halt ein, weil sie das kennen und damit fühlen sie sich wohl, ja, mit dem toxischen Partner, wo sie dann aber gleichzeitig wieder sagen, ah, ich bin jetzt wieder an so einen Arsch geraten. Ja, warum denn wohl? Und da kommen wir dann halt auch auf den letzten Punkt, wo ich sage, man sollte erst wirklich seinen Müllhaufen aufräumen, bevor man überhaupt eine Beziehung eingeht. Wenn bestimmte Verhalten, das Problem ist, viele Leute wissen das gar nicht, dass sie Traumata haben oder gewisse Probleme haben, die immer wieder dazu führen, dass man an die falschen Menschen gerät. Das Problem ist ebenfalls auch wieder, die Leute hinterfragen das nicht, die reflektieren sich nicht selbst und die verstehen das immer nicht. Wie kann denn das sein und dies und das? Ja, das ist dein Programm, das musst du oben im Kopf ändern. Ja, ich sage jetzt so salopp, das muss. Ja, na klar muss man das, aber so einfach ist das eben mit den Menschen nicht. Man muss erst mal erkennen, dass man selbst irgendwo ein Problem hat und dann ist Wissen Macht. Und dieser Satz ist so wahr. Wenn man das Kind benennen kann, dem Kind einen Namen geben kann, dann kann man es auch in Anführungszeichen bekämpfen, beziehungsweise angehen und verstehen. Also verstehen ist da in erster Linie ganz wichtig, dass man versteht, warum habe ich diese Verhaltensweisen, warum ziehe ich immer diese Leute in mein Leben. Ja, warum ist das so? Ja, wenn du in der Kindheit so geprägt wurdest, dass du dementsprechend ja unstabile Beziehungen, wie gesagt, wenn man sich die Beziehung zu den Eltern mal anguckt, wenn das normal war, dass da zum Beispiel Gewalt stattgefunden hat oder wenn da narzisstischer Missbrauch in der Familie stattgefunden hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese Kinder aus diesen Konstellationen dann später eben dementsprechend auch immer einen missbräuchlichen Partner suchen, weil das kennen sie. Das ist für sie, fühlt sich das dann heimisch an. Und das ist halt auch ein riesengroßes Problem. Also man muss davon ausgehen, dass wenn man eine Beziehung eingeht zu einem anderen Menschen, jeder bringt ein Paket irgendwo mit. Ich weiß, es gibt diese Leute, die sind fliegend durchs Leben gekommen, die hatten eine tolle Kindheit, die mussten noch nie, auf Deutsch gesagt, mal richtig scheinen. Scheiße fressen, ja. Denen ist alles immer so leicht gefallen, denen ist vieles in die Wege gelegt worden und ja, das sind auch die, die sich den Führerschein nicht selber finanzieren mussten, die das Auto von der Oma gekriegt haben, solche Leute kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ne. Die sich selten etwas selbst erarbeiten mussten oder ja, die wirklich selber für ihr Leben Verantwortung übernehmen mussten, weil immer waren Mami und Daddy da, die auch gesponsert haben und so weiter. Und dann kommt die andere Seite dazu, die, wo es nichts gegeben hat von den Eltern, die dann eben Nebenjobs oder Ferienjobs gemacht haben, um sich Geld für einen Führerschein zusammen zu sparen oder fürs erste Auto und wo auch die Eltern nicht die Versicherung für bezahlt haben und so weiter. Also versteht ihr, was ich meine? Das kann man so auf alles andere umwälzen, ne. Da gibt es ja dann auch die Elternhäuser, die das nicht wollen, dass die Kinder mit 18 von zu Hause ausziehen. Gerade so im narzisstischen Spektrum ist das so, weil die Eltern vielleicht die Kontrolle behalten wollen über die Kinder. Und so lernen sie dementsprechend auch kein selbstständiges Leben zu leben. Es gibt einige Kinder, die brechen von zu Hause aus mit 18 dann, wo es dann halt eben möglich ist, zwar viel mit Ach und Krach und mit großem Theater zu der Familie, aber ich sag mal besser weg als nie. Und dann gibt es natürlich die Eltern, die sagen, ja wir sind stolz darauf, wenn du jetzt selbstständig dein Leben gehst, wenn du selbstständig wirst und so weiter. Und wenn da jetzt, oder ja, da muss man sich vorstellen, da kommen zwei Komponenten in eine Beziehung. Jeder hat zum Beispiel eine andere Prägung und der eine versteht nicht, warum der andere auf das so reagiert und der nächste reagiert da wieder so und so weiter. Das ist ein Problem, dass die Leute, die verdrängen ihre Probleme und suchen dann das, was sie selbst nie hatten in einem anderen Menschen, sprich in ihrem Partner. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren, das ist zum Scheitern verurteilt. Oder Leute, die sich halt ja immer depressiv fühlen, ja ein Partner macht das schon, ein Partner gleicht das aus, weil man kurzfristig in der Phase der Verliebtheit eben dementsprechend Serotonin, Dopamin und so weiter ausschüttet. Dann fühlt man sich vielleicht mal gut, ja, aber das ist nichts auf Dauer. Man weiß, das flaut ja wieder ab, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, der da stattfindet. Wenn man weiß, dass Liebe eigentlich nichts weiter außer Oxytoxin ist und Dopamin, verliert das Ganze schon dementsprechend den Zauber. Und das ist exakt das, was heute die Partnersuche so schwierig macht, dass die Leute ja denken, ein Partner müsste etwas ihnen geben oder sie hätten Anspruch auf den Partner. Er müsste etwas ausgleichen und so weiter. So, das muss man ablegen. Man muss wirklich dahingehend sein Mindset mal komplett überarbeiten und neu bespielen. Und erst mal, also es ist meine persönliche Ansicht, sollte man erst mal mit sich selbst absolut im Reinen sein. Weil wenn du mit dir selbst klarkommen kannst, du selbstständig dein Leben meistern kannst, das gilt sowohl für Frau als auch für Mann. Wir sind jetzt nur mal im 21. Jahrhundert, da ticken die Ohren nur mal ein bisschen anders. Wenn jeder für sich selbst alleine klarkommt, seine Hobbys hat, seinen Freundeskreis klarkommt, nur dann kann eine Beziehung auch gesund sein, wenn man das dann miteinander, ich sag jetzt mal, teilt, verbringt. Aber keine emotionale Abhängigkeit oder eine finanzielle Abhängigkeit oder irgendwie sowas besteht, weshalb man dann zusammenbleiben will oder wenn man den Partner als emotional Mülleimer braucht. Sondern, dass das wirklich beiderseitig, dass man sagt, das, was jeder Einzelne für sich gerne tut, das machen wir beide zusammen dann gerne, weil es einfach Spaß macht und schöner ist, mit einem Partner zusammen zu sein, wo die gleichen Interessen bestehen, wo es einfach nur Spaß macht, wenn man es zu zweit macht. Zu zweit, was weiß ich, Netflix schauen, zu zweit, was weiß ich, kochen, essen gehen oder diese ganzen anderen Dinge, die man dann auch zu zweit macht, die natürlich dementsprechend schöner sind als alleine. Aber wenn man da auch klarkommt und sagt, der Partner ist mal ein paar Tage weg, bei uns ist das so, wir haben seit über zwölf Jahren getrennte Wohnungen und wir verbringen trotzdem die allermeiste Zeit gemeinsam zusammen, weil wir es wollen, wir müssen es nicht, wir können es. Wer hat, der kann, sage ich dazu immer. Und ich denke immer, das ist auch ein guter Kompromiss. Also ich sage mal, in Partnerschaften, wenn es immer heißt, du musst in Beziehung Kompromisse machen. Ich mache keine Kompromisse. Und mein Partner macht auch keine Kompromisse. Im eigentlichen Sinne. Das ist aber ein Thema, das werde ich nochmal einzeln behandeln in den anderen Videos. Jetzt einfach nur mal so im Großen und Ganzen, auch wenn ich vielleicht lange jetzt wieder ausschweife und dies und das. Ja, das macht die Partnersuche so schwierig. Falsche, zu hohe Ansprüche, den Fokus auf Optik und Körper, Sehnsucht nach etwas, was man selber nicht aus sich ziehen kann, dass man ein Bedürfnis immer oder mehrere Bedürfnisse erfüllt kriegen möchte von einem anderen Menschen, die Angst vorm Alleinsein, unrealistische Vorstellungen, also Walt Disney-Syndrom, Bindungsangst. Und ja, das sind die Probleme im hauptsächlichen eigentlichen Sinne, warum es heute die Partnerschaftssuche eben dementsprechend sehr schwer gestaltet. Also erst an sich, erst mal arbeiten und dann, wenn man nicht diesen ganzen Shit auf jemand anderes abladen muss oder will, viele wollen das ja, dann kann man mal darüber nachdenken, ob man überhaupt reif ist, eine Partnerschaft einzugehen.